Hallo und herzlich Willkommen bei Zero to One, heute mit folgenden Themen. Wie funktioniert eine Vorschleife und warum braucht man diese eigentlich? Heute geht es um die Vorschleife. Und deswegen werden wir einfach mal versuchen, dass wir diese heute anhand einer kleinen Zeichnung erklären. Erstmal, warum eine weitere Schleife? Grundsätzlich, die Eigenschaften der Vorschleife sind genauso wie die der Vorschleife. Die ist absolut der gleiche Grund. Man macht damit eigentlich das Gleiche, sieht nur ein bisschen anders aus und hat eben ein paar gewisse Vorzüge im Gegensatz zur Vorschleife. Und jetzt möchte ich erstmal ein bisschen auf die Syntax eingehen. In Java sieht das Ganze so aus. Wir haben Vor, eben runde Klammern und in diesen runden Klammern stehen drei Dinge. Das ist zum einen eine Initialisierung einer Variable. Das ist in der Regel die Laufvariable, also der Zähler. Wir nennen das mal int i gleich 0. Diese Teile jeweils, also diese drei Teile innerhalb dieser runden Klammern bei der Vorschleife werden jeweils mit dem Semikolon abgeschlossen. Genauso wie es einfach auch in Java, wenn man mit Anweisungen der Fall ist. Der zweite Bereich hier ist die Bedingung. Die Bedingung ist genau so eine Bedingung, die eben True oder Force sein muss, also ein Buhlischer Ausdruck. Und der kann eben zum Beispiel sein, okay, wir machen das so lange i kleiner ist als 5. Der zweite Teil, wie der Semikolon. Jetzt kommt der dritte Teil. Der dritte Teil wird immer nach der Schleife ausgeführt. Und der sagt zum Beispiel, okay, was will ich danach machen am Ende der Schleife, also am Ende eines Durchlaufs der Schleife. Und hierbei wollen wir natürlich die Variable zum Beispiel hochzählen. Also machen wir i++, eine Inkrementierung der Variable. Jetzt geht es natürlich weiter. Wir sehen hier, normale Klammern auf, normale Klammern zu. Und hier kommt einfach Quellcode rein. Code. Der interessiert uns jetzt mal nicht. Jetzt nochmal zu den drei Bereichen. Die markiere ich jetzt mal. Hilfe von Farben. Das ist Bereich 1. Das ist Bereich 2. Das ist Bereich 3. Wichtig hierbei ist, wann diese Bereiche ausgeführt werden und wie oft diese Bereiche ausgeführt werden. Wenn es ist so, dass dieser Bereich hier, der erste Bereich, nochmal eine andere Farbe. Echt rot. Das ist der erste Bereich. Diese hier wird nur einmal ausgeführt. Das ist die Initialisierung. Das passiert ganz am Anfang von der Vorschleife. Wir sagen, okay, diese Variable ist eben unsere Zählvariable, die einfach nur bedeutet, wie oft durchlaufen wir diese Schleife. Und in der Regel ist es auch der einzige Grund, warum man das wirklich benutzt. Das wird also nur einmal ausgeführt. Interessanter ist schon hier die 2. Das zweite Bereich, das zweite wird immer ausgeführt, also nach jedem Schleifendurchlauf prüfen wir ja erneut, okay, ist diese Bedingung immer noch erfüllt. Wenn sie erfüllt ist, gehen wir in die Schleife rein. Ansonsten eben nicht, gehen wir nicht in die Schleife rein. Der dritte Bereich hier wird immer am Ende ausgeführt. Das heißt, wenn wir hier unten angekommen sind und die Bedingung, dann wird die Bedingung 1 erhöht und danach kommt erst wieder das hier. Das heißt, wenn wir jetzt mal so einen Durchlauf machen würden, von ganz von oben, wir fangen einfach mal ganz oben an. Wir sagen, okay, wir legen hier eine Variable an mit dem Namen i, die bekommt den Wert 0. Dann als zweiten Schritt überprüfen wir, okay, ist i kleiner als 5? Ja. Also kommen wir hier in diesen Code rein. Jetzt wird dieser Code hier ausgeführt, was auch immer hier drin stehen mag, ist ja egal. Dann kommen wir hier runter. Jetzt wird die 3 ausgeführt, unser Zeller i wird um 1 erhöht. Und jetzt kommen wir wieder hierher. Das heißt, als vierter Punkt wird wieder geprüft, okay, jetzt haben wir dieses i um 1 erhöht. Ist diese i immer noch kleiner als 5? Wenn das der Fall ist, unser Fall wäre es jetzt ja erst 1. Dann würden wir wieder den Code ausführen, dann wird es wieder eben um 1 erhöht, wieder Bedingungen prüfen und so weiter eben, bis letztendlich die Zellvariable i, auch den Wert 5 hat und dann eben hier unten bei der Schleife rausgeht und dann eben hier irgendwo weitergeht mit anderem Code. Im nächsten Video wird es darum gehen, die Vorschleife auch wirklich praktisch in Eclipse anzuwenden. Wie immer würde es uns sehr freuen und auch helfen, wenn du unsere Videos positiv likest und unseren Kanal abonnierst. Damit verpasst du kein neues Video und es wird immer mehr Content auf diesem Kanal erscheinen. Vielen Dank für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal.